Willkommen zu einer deep, zu einer runden Deep Rock Galactic mit Eric. Voll vermasselt, aber hey. Das ist so gut. Ja, das war so typisch. Da hast du mal was geiles drauf. Dann. Sie versagt. Und mit mir halt natürlich mit der Jazz. So. Darf ich hallo sagen? Hallo. Sag mal hallo. Hallo. Servus, Erdnuss. Was willst du, Hasel, los? Er hat's kapiert. Wo läuft das? Ja. Wir haben hier, es ist gerade noch Free-to-Play-Wochenende für Deep Rock Galactic. Haben wir gesagt, komm, jetzt suchten wir einen Tag hier einmal kräftig durch. Schauen wir mal, wie es läuft. Wir haben keine Ahnung vom Spiel. Wir haben jetzt so die, die, die... Das Tutorial gemacht? Genau. Fast versagt. Nein, haben wir nicht. Da kannst du nicht versagen. Du kannst nur sterben. Und wir haben gemerkt, am allerbesten ist die Jukebox, aber die benutzen wir jetzt mal nicht. Hier, willst du ein bisschen spielen? Nee. Komm, lass uns was wegballern. Geh rein! Scheiße. Okay. Ach so, du musst es treffen. Du musst treffen. Treten und treffen. Mal gucken, ob es Jazz trifft. Ja, ja. Ja! Hey! Das ist kein Timing. Genau. Bevor wir uns die ganzen anderen Sachen angucken, ich glaube, da darf man nicht runterfallen. Soll ich testen? Ja, ich hab dich geschubbt. Da ist nix, da passiert nix. Hier ist auch eine Treppe zum Hochklettern wieder. Äh, ich dachte jetzt, du wirst verbrützelt. Die ganzen Sachen gucken wir uns nächstes Mal erst an. Jetzt machen wir einfach mal eine richtig sneaker-Runde. Mal zum Gucken. Wir schauen das mal. Ja gut, auf 100% werden wir es jetzt wahrscheinlich heute nicht schaffen. Äh, Team-Monus. Kann man das doch schwerer machen? Nee. Ah, jetzt. Ah, guck mal hier. Sammle 200 Morkit. Das, was wir auch im Tutorial hatten. Und hier müssen wir auch 10 Vollnissflöhe töten. Ich hab keine Ahnung, was Vollnissflöhe sind. Lass uns das rausfinden. Oh. Guck mal. Gefahrenstufe 4. Extrem. Aber nein, wir machen erst mal ganz easy-beasy. Also vorhanden. Ja, mittel. Mittelding. So. Ah, ich muss da auch drauf. Nein, 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 nein. Geh raus. Genau. Hier steht es unten jetzt auch. Und dann komm mit. Ah, okay. Und dann geht es hier rein. So. Hallo. Hallo. Hallo, Jess. Oh, ich kann dich schlagen. Mist, ich konnte dich schlagen gerade. Stand noch da. Jetzt nicht mehr. So. Das Spiel hatten wir schon länger mal auf dem Schirm, aber irgendwie nicht so richtig. Und jetzt haben wir gesagt, hey, jetzt ist es kostenlos dieses Wochenende. Komm. Suchte mal durch. Sorry. Scheiße. Fällt gerade was auf. Ich sollte auch die Soundmusik anmachen. Also hört man jetzt uns die ganze Zeit reden, aber nichts läuft im Hintergrund. Ja, ganz genau. Ei, ei, ei. So was von unprofessionell. Ach, das macht so aus. Okay, aber jetzt hört man Musik. Whee. Äh. Ah, da. Flöhe. Wo? Da ist einer geflogen. Okay. Da, da fliegen sie. Ja. Hey. Uh. Hey. Da fliegt er. Hey, cool. Ich habe den Flöhe abgeschossen mit der Lampe. Okay, was ist das hier? Da sind Flöhe. Hey. Was schießt? Oh, das bin ich. Ich habe dich jetzt als Feind anerkannt. Sorry. Och, och. Da ist einer. Jawohl, ein Hammer. Wo müssen wir überhaupt hin? Warten wir mal, mal gucken. Weißt du, ich habe jetzt Lampe. Ah, okay. Das ist ein riesiges. Oh Gott, hier muss man ja gucken. Okay, ich folge dir einfach mal. Wo bist denn du? Ich mache jetzt einfach mal was kaputt. Ne, da geht es nicht weiter. Äh, ich glaube, wir müssen in die Richtung. Da hin. Da, Flöhe. Jawohl, noch einer. Ah, ist Laserpointer. Perfekte Weltraum. Er ist... Da lang. Da, Flöhe. Jawohl. Ah, hier hat es Gold. Also, wir müssen so viel schürfen wie möglich auch. Weil das uns natürlich Money gibt. Ja, wir sind ja auch Zwerge. Okay, da ist nichts. Nix zum Sammeln? Mm-mm. Okay. Oh, was ist denn das hier, Lilanes? Kann man aber nicht abbauen. Da kriegt man nichts, oder? Mm-mm. Aber da steht jetzt auch nichts dran. Ja. Okay. Vielleicht jetzt noch nicht. Vielleicht irgendwann mal... Vorsicht, dich da geben Schaden bestimmt. Echt? Schieß mal... Ah. Oh, hier. Maka... Maka... Pichu-Dings da. Ich geh schon mal ein Stück weiter nach vorne. Molly, komm her. An wen erinnert dich Molly nur? Wir hatten vor kurzem einen Gasthund da. Ein aufgedrehtes, quirliges, kleines Etwas. Das passt irgendwie zu dem Roboter. Ja, stimmt. Hast du Molly etwa schon vergessen? Nö. Aber ich wusste nicht, wie ich sie erklären sollte. Ah, jetzt sind wir hier oben. Da unten war man vorhin. Wohlang müssen wir? I don't know. Ich bin hier unten. Ich bin bei dem Roboter. Bei Molly. Ah, da. Also ich hab ein Vieh wieder getötet. Fünf Stück fehlen uns noch. Wir müssen irgendwo hoch. Sag mal. Aber da geht's so hoch. Komm her. Da ist ein Loch. Müssen wir da hoch? Keine Ahnung. Weil ich sehe jetzt nichts mehr zum Abbauen. Ja, wir müssen uns hier einen Weg hoch machen. Nehme ich mal an. Ja, hier kannst du hoch. Was ist das? Drück. Ne Stärke Nuss. Cool. Ah, da geht's weiter. Da. Ah, Gold. Du hast Gold. Nein, das ist ganz normale Erde. Ach so. Das ist dieses, wo man dann ins nächste Gebiet hineinkommt. Sah für mich aus wie Gold jetzt. Ähm, hast du dich schon geleert? Ach so. Nein. Hast du nicht. Geh mal zum... Warte. Komm her. Warte, er kommt her. Und dann, genau. Ich hab nicht viel abgebaut. Ne schon. Es geht nach unten. Ja. Komm, grad schneller. Du Zwerg. Also ich nenne meinen Zwerg Gimli. Wieso? Ja, weil Gimli toll ist. Achtung, Gegner. Ich hab einen Eintrag gekriegt. Will ich die meiste abbauen, oder was? Nein. Der Kühlig-Netz-Spucker und so ein Kram. Hab ich jetzt auch gekriegt. So, falls wir hier langrennen müssen, ein bisschen mal. Jazz ist schon voll am Abgehen. Ja, ich hab den schon kaputt gemacht. Ah, da oben. Aber uns fehlen noch ein paar Dinger. Zwei Freundesflöhe. Ja, aber ich glaub, die kommen noch. Ach so, das waren die, die du getötet hast. Oh, was ist denn das Rotes? Das ist, glaub ich, auch Energie. Nein, das ist Zeug. Ah, Nitra. Okay. Bauen wir mal halt ab. Sonderbar, alles, was wir können. Oh, die Klappe. Und die Stimmen ausschalten. Oh, ich hab keine Muni mehr. Schieß mal da oben, dagegen. Warte. Oh, das ist wertvoll. Wüssten wir. Du bist abgehauen schon wieder. Okay, ich glaub, da kannst du die ganze Zeit draufballern. Und da wird immer rauskommen. Ein 0,1 vor allem. Das ist ja voll wenig. Vergiss nicht, dich immer zu lernen. So, stimmt. Komm her, Fifi. Oh, hier ist noch mehr. Achtung, Gegner. Na, wo bist du? Ich baue ab. Ach, du bist schon unten? Hä? Ach, du bist da. Jetzt hab ich dich entdeckt. Molly ist on the way. Molly. Ah, da bist du. Sehr gut. Also, wir müssen uns immer gleich leeren, weil falls wir mal schnell zurück müssen oder so. Damit das alles schön... Der hat's daneben geschüttet. Uh, was sind das für Schlote? Ist auch nichts, oder? Wieder diese Elektro-Teile. Ich hab was Zirpen gehört. Ich glaub, hier sind wieder... Hm. Oh, Achtung, Würmer. Da kam ein Wurm. Ich baue Nitra ab. Umge... Ähm, Manni... Was ist Nitra? Nitra ist das Rote. Ah! Vorsicht! Die machen wirklich Schaden. Kann man die kaputt machen? Nee, weil... Wenn du drauf schießt, dann tun sie sich... Aufladen, hab ich schon gemerkt. Ja, aber ich hab keine Muni gekriegt dadurch. Oh, yeah! Oh, Gott! Das nervig. Hier ist Gold. Ich ruf mal unser Roboter hierher. Ja, der folgt eigentlich automatisch. Dafür sind halt die anderen wieder praktisch. Ich glaub, ich nehm dann doch einen anderen Charme. Weil da ist das Abbauen dann besser. Du hast für den Flö... Iiiiih! Voll der hässliche Wurm. Ich hab noch gekriegt. Komm her, Molly. Ich find's toll, dass der Molly heißt. Auch wenn der wahrscheinlich anders heißt. So, jetzt erst mal gucken. Lass ihn wohl. Was ist der Unterschied zwischen Rock and Stone? Was ist der Unterschied zwischen Rock and Stone? Oh! Achtung, es kommen Gegner. I'm ready. Also, ich seh noch keiner. Nö. Oh, da links geht's lang. Da! Achtung, fliegende Viecher! Jihah! Cool, da beginnt die Musik wenigstens gut zu werden. Das war's schon? Oder kommen noch mehr? Ah! Da, schieß mal! Rundle, runter! Ich baue hier ab, ganz gemütlich. Und da kommen plötzlich irgendwelche Viecher und wollen mich ärgern. Ja, wie Minecraft hier. Cool, was ist das? Werfen. Höh! Wo bist denn du? Die Viecher kaputt zu machen. Ah. Wo bist du? Ach, da hinten. Bloß, ähm, ich brauche Energie. Ah, sehr schön. Ah! Ja, das Rote ist Gesundheit. Einfach. Aber vorsichtig mit dem Blauen. Okay, ich muss auch langsam aus. Das fiege ich, du, hey. Du, okay, ich bin schon fast voll, also. Ah, Nitra wechselt fünf zur Versorgungskapsel. Ah! Oh, cool, hier kommt eine Versorgungskapsel. Achtung! Äh, also das Rote sammeln wir und dann können wir eine Versorgungskapsel einfordern. So stand das gerade da. Ups, da hat man nicht bumm gemacht. Abbeben! Dann kriegst du Munition und sowas. Kriegt jeder zwei. Achso. Er ist ja für vier Spiele eigentlich und das ist das Praktische. Aber jetzt müsste ich wieder... Jawohl, jetzt habe ich wieder Munition. Hier ist noch mehr Nitra. Wo ist Molly? Bei mir. Ach da. Komm her, Molly. Komm, putt, putt, putt. Mach Platz. Der hat fein gemacht. Ich habe fein. Ist das cool. Ach, das gefällt mir. Ich mach mal da ein Loch durch die Wand. Wenn wir ein neues Mineral finden, denkst du, dass wir ihn nennen? Musstest du, dass wir Granaten haben? Ja. Hast du schon mal welche benutzt? Ja, hier, guck. Hallo! Aber die macht keinen so einen Schaden. Ja. Ich bin dein Freund, ich soll es auch bleiben. Okay, sorry. Da ist ein Loch. Hier geht's durch. Achtung. Ah! Uah! Was war das? Achtung, Gegner! Oh, wo kam... Ah, da kommen welche. So, ich hab ein Schild gemacht. Du kannst dich auf... Ach so, du bist so voll. Hab dich erwischt. Ich tue nochmal ein Stückchen weitergraben. Ah, da oben ist Dings. Das, was wir sammeln müssen eigentlich. Das ist da oben. Hups! Ach da, jetzt! Oh, aufsammeln, aufsammeln. Hey, geh weg. Ja, weil das müssen wir ja ursprünglich sammeln. Also davon 200. Du kannst auch eine Granate hochwerfen, die bleibt stecken. Oh, hier ist Gold. Über uns. Äh, wo ist die hin? Ich glaub, die ist abgeprallt. Die kann ich abprallen. Ach, das. Ja, mit... Mit Schüssen bringt das nicht viel, weil Schüsse machen mehr kaputt als aufsammeln. Äh... Gehen wir mal weiter, weil... Ah, jetzt suche ich wieder Molly. Molly ist wieder weg. Nein, Molly ist immer noch hier. Äh... Da kommt nix zusammen, wenn man schießt. Los, geben die los! Yes! Ich baue immer lieber frei, falls wir dann nämlich zurück müssen, wegen der Bergungsding. Das ist komisch. Just take your sweet time, old lady. I've got all day. Ich hab'n Gegner gehört. Glaub' ich. Oh Gott, das sind riesige Höhlen hier. Ich muss ja was hier runterholen. Also ich bin voll? Ja. Du hast gerade auf mich geschossen. Ja, was stehst du auch im Weg? Du dumm Kopf. Oh, freundliches Feuer ist nicht wirklich freundlich. Ja. Sag' das mal... Sag' das mal... Oder verinnerlicher das mal. Ja. Oh, Vorsicht, Bamba! Entschuldigung. Der war aus Versehen. Ups, ich auch. Aber ich hab' ja sowieso komische Würfe, also von dem her nix Neues. Geht's da unten überhaupt weiter? Ich glaub' wir müssen da unten runter. Na, wir wollen mal schauen. Wo sind wir denn? Ah, da sind wir! Schau' mal, da unten siehst du's. Da kommt mal ein riesiges Höhlen-System unter uns. Aber hier ist so... ...was Rotes wieder. Ah, Wurm! Der ist tot. Es wird lustig, hier durchzurennen. Falls wir hier zurück müssen. Oh, da kommen die Gegner wenigstens nicht durch. So, das hab' ich abgebaut. Oh, Gold! Oh, ein Schwarm. Oh, es kommt wieder Gegner. Ah, da unten ist Zeug. Aber spring doch nicht runter. Tja. Wo ist der Gegner? Äh? Gegner. Den nehm' ich jetzt oberhalb von dir. Das ist es eben. Ich baue hier unten noch ein Zeug. Nein, ich kann nicht! Das ist ein Schwarm! Da musst du helfen. So ein Schwarm, jetzt? Ja, Gegner. Achtung, über... Oh, das war ein Schuss im Arsch. Achtung, da kommt ein Explosions! Achtung, da kommt ein Schuss im Arsch. Oh, Gott, du bist hier! Oh, Gott, du bist hier! Stopp, I'm dead! Achtung, hinter dir! Ah! Ich hab' mich runtergefallen. Ah! Achtung, da kommt ein Großer. Schießen... Oder... Immer schön auf den Arsch schießen. Yes! Sehr schön. Okay. Achtung, das ist bestimmt so ein... Sip-Line done! Da kommen keine Viecher mehr, aber sie kommen noch. Echt? Ja, bei mir hier. Entschuldigung, ich hab' dich allein gelassen. Ach, egal. Ich komm mit dir nicht viel hier zurecht. Ähm... Komm mal hoch. Ah! Schon wieder keine Muni. Schau mal, dass du hier hochkommst, dass du nicht weiter runter gehst, sondern dass wir erstmal hier machen, weil hier gibt's auch viel von dem Zeug. Und du musst mal leer machen, glaub' ich. Ja. Da kommt Molly. Ja, wusste ich schon. Da ist ein Gecker hinter mir. Jess, du, ich soll ein bisschen hier aufpassen, ne. Ja, ich hab Molly wieder gesucht. Ne, Molly ist immer da, wo ich bin. Ja, das sollte eigentlich leuchten ohne Ende, ey. Ähm... Brauchst du eine Versorgungskiste? Nö. Können wir rufen, wir merken ja, wenn wir hin. Ja. Der 80 Nitra kostet das. Oh, guck mal, da kommt der durchgebohrt. Hey, cool. So ein richtiges Loch. Das ist meins. Und jetzt zeigst du es an. Doch, du musst runter gucken, da. Grabbing Emu. Red Sugar. Getting Supply. Aua. I call for the Mule. Oh, let's go. Uiuiui, ist ein reines Loot-Game hier. Grinden, grinden, grinden. Cool. Gefällt mir sowas. Und dann noch Free-to-Play. Äh, Molly, wo bist du? Da, wo du bist. Touché. So. Ach, du läufst schon weiter. Ja, hier ist Zeug. Ey, ich bin voll in Spinnenwebe reingelatscht. Was läufst du auch rein? Guck mal, ich hab Spinnenwebe vom Gesicht. Ja, warum läufst du auch rein? Ich bin alt. Ich bin eine Mumie. Wie du aussiehst. Ach, du Gegner! Ja, sie schießt doch schon. Ey, ich hab sie nicht gesehen. Das musst du mir schon sagen. Wenn du sie siehst. Ja, ich hab nur den Wurm gesehen bei dir. Ja, Würmchen. Oh, Jut, man hat's schön viel Loot. Sprich mal da, leg's rüber. Ja, ich komm mit. Äh, schießen oder... Ja, doch, man kann, glaub ich, runtergehen. Ich schieß dich recht, äh... Bau unter dir ab, sodass du runterfällst. Moly! Wo ist der verdammte Tin-Camp? Ich bin voll. Wo ist Moly? Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier gibt's schön viel zu suchen. Nutra voll. Ah, wir haben 200... Also, wir können jetzt zurückgehen oder noch ein bisschen weiter looten. Gucken wir noch ein bisschen. Ja, würde ich sagen, Mutter. Ich weiß nicht, wird es trotzdem aufgesammelt oder ist es dann... Nee, nee, es wird alles aufgesammelt, was wir mitnehmen. Ich bin mal schon mal weiter. Ja, ich folge dir. Oh, ne Gerstenbirne. Was kann das? Kann ich die abschießen? Äh, ich hab schon eingesammelt. Das ist eine Pflanze. Schau mal bei mir. Gerstenbirne. Ah. Das ist wie diese, wenn du an Moly rangehst. Schau mal, dann steht ja drauf, wenn du was drin ist. Und die Stärkenuss habe ich auch schon eingesammelt. Das sind Pflanzen, die machen wahrscheinlich irgendwelche Buffs oder so. Oh Gott, wir müssen ja auch wieder zurück. Erst mal abchecken, wo es da lang geht. Oh, hier ist noch mehr. Oh, schön. Oh. Aber wir dürfen nicht zu gierig sein, glaube ich. Da ist noch viel mehr. Guck das an. Das ist diese Halle, die da unten war. Ich bin voll. Moly, komm. Gut, gut, gut. Wir können nicht mehr mitnehmen. Ach so, dann wenn's voll ist, ist es voll. Ja, also von den Morkid. Morkid. Äh. Hab ich jetzt grad reingetan, aber das geht nicht rein. Okay, also Morkid ist brauchst nicht mehr. Ich hab Bismor aufgesammelt. Ach dumm, pass auf, nicht, dass du stirbst. Ach ja. Ich doch nicht. Ja gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal zurück. Ja, ich komm hoch. Ich komm zurück. Da ist ein Wurm. Weil wir müssen auch den Weg wieder zurückfinden. Ja, guck, ich hab Bismor aufgesammelt. Oh. Bravo. Okay, also ich drück. Mhm. Macht euch auf den Weg zur Landezone. Also wir müssen denen dann jetzt folgen. Ist voll riesig. Da kann man eigentlich so viel looten. Ja. Aber guck mal, da unten geht's auch nicht mal weiter. Also das ist das Ende. Okay. Ja, okay. Let's go. Hoppidio. Ja, wir müssen warten. Wohin rennt der? Oh, der wird. Oh, also wir an denen am besten folgen. Der nimmt den kürzesten Weg. Ja, super. Äh. It's too stint. Oh, too stint. Can't do it. The angle's too stint. Ah! Wie bist du da hochgekommen? Ich bin hochgeklettert. Ich komm da nicht hoch. Jess, warte auf mich. Okay. Ich hab Angst. Ich bin da. Ich beschütze dich. Ich muss hier nicht alleine sein. Ah, hier müssen wir auch hoch. Und dann geht der nach da. Okay. Ah! Shit. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Wenn du da hochkommst, dann geh ruhig hoch. Ich fall nämlich auf der anderen Seite runter. Also, ich bin oben. Gleich. So, ich bin oben. Äh, nach da lang müssen wir. Genau. Lauf, lauf, lauf. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Go, 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 go. Dropbox isn't waiting forever. Immer springen. Kommst du? Ich bin hier vorne schon. Nein, wo läufst du lang? Ich bin... Oh! Wo läufst du lang? Du siehst doch die Markierung. Ja? Ach so, da oben lang. Komm, komm, komm. Du siehst die Markierung, die der hinterlässt, oder? Ach so, okay, ja, ja. Jetzt sehe ich's. Da, nimm ein bisschen... Ah, gut. Rot hast du. Ich reine, ich reine. Diese blöden Dinger. Fuck. Ich komm hier nicht durch. Jetzt. Okay. Ripp, schnell. Komm, komm. Putti, putti, putti. Wir haben's gleich geschafft. Einfach weiter, einfach laufen. Echt? Ja. Das ist über uns irgendwo. Oh, wir müssen uns richtig ranhalten. Ach, komm schon. Weil die ist über uns. Sie wird mit oder ohne uns starten. Scheiße. Meinsch? Ja, hat er doch gerade gesagt. Deswegen gibt's hier auch diese Dingshalle. Dass wenn wir sterben, sind wir tot. Also dann gibt's die... Müssen wir neue Charakter nehmen. Droppot departing in T-minus 2 Minutes. Das schaffen wir noch. Wo ist sie denn? Ah, da links. Links hoch, 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 hoch. Ah, 50 Meter. Werf mal ein paar Dinger. Das ist gruselig. Also wenn wir zu weit wechseln, ist auch nicht gut. Okay, dann wissen wir ja, dass wir... Dann wissen wir, wir müssen zurückgehen ein bisschen und dann erst aktivieren. Ja, wir wissen nur nicht, wo sie landet. Ähm... Wir müssen auf die andere Seite. Achtung, hinter uns sind Gegner. Ich bin drin. Was? Hallo? Wie kommst du da hoch? Ich bin genau da durch. Huuuuh. Lässt ihr mich hier einfach alleine? Warte, jetzt kann ich dich schlagen. Komm her. Nee, jetzt nicht mehr. Irgendwie konnte ich schlagen, aber... Äh, kann man hier nicht irgendeinen Knopf drücken, dass es losgeht? Ja. Huuuuh. Kann ich hier eh schlagen. Ja, kann ich eh schlagen. Aufs Mohn. Guck mal, guckst du Böse. Ja, schlürfen. War jetzt eine knappe Geschichte. Boah, guck mal. Da kommen die zwei Kugeln. Jawohl. Da, hier, Stärkenuss und Gerstenbirne. Hauptziel, Nebenziel. Auf einen XP-Punkt, Alter. Oh, das war ich. Was? Ich hab drei gedrückt. Warum? Mensch, mich mal in Ruhe, sich die Sachen angucken. Come on. Lehn doch grad noch. Was wünschen? Ah, okay. Ah, das ist dann die, die Dings-Mission. Ah, sehr schön. Wunderbar. Dann gibt's nächstes Mal die nächste Mission. So, mal so dieses Rock. So, Terminal. Also. Was machst du? Ach so, ich sollte rauskommen. Ha, ha, ha. Ach, du bist bei der Tanzfläche. Okay, willst du eine Runde dancen? Ach so, ich soll es jetzt sagen, dass wir Tschüss machen. Ich. Ich bin so dämlich heute. Schön, wenn wir hier so rumfuchteln. Mach. Ja, wie soll ich das sagen jetzt? Wammonos. Tschabuck, tschabuck, dabei, dabei. So. Warte, hört man das? Ja, man hört das Gestirn klatschen. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Sag du. Wieso? Oh, jetzt kneift sie wieder hier. Ja, Arschloch ist gerade. Also. Das war die erste Folge. Ich denke mal, wir machen immer missionsweise die Folgen. Also werden es immer ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten. So wie jetzt gerade. Hoffe es mal lustig. Wir gucken, dass wir mal ein paar mit mehr Scherzen mit reinmachen. Dass es ein bisschen amüsanter wird. Notfalls prügeln wir uns hier einfach. Ja. Verlierst du eh. Aufs Maul, Junge. Jetzt geht's los. Okay. Also. Danke fürs Zusehen. Wir würden uns sehr für ein Like freuen. Also. Wir betteln jetzt mal ein bisschen. Los, bettel. Du bist zwei, Pia. Okay. Bitte. Gib uns ein Like. Oh. Sehr schön. Bis nächstes Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, katao. Ciao, ciao.